Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich zum Jahresende nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit mit einer nur leicht gestiegenen Arbeitslosenzahl weiter gut entwickelt. Sie stieg von November auf Dezember zwar um 12.000 auf 2,3 Millionen. Saisonbereinigt ging die Arbeitslosenzahl aber im Monatsvergleich um 23.000 zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 5,1 Prozent, so BA-Chef Detlef Scheele. Das Beschäftigungswachstum hielt an und auch die Nachfrage der Unternehmen nach neuem Personal ist erneut gestiegen. Die pandemische Lage führt jedoch zu Unsicherheiten und teilweise zu Einschränkungen. Daher haben die Anzeigen für Kurzarbeiter im Dezember kräftig zugenommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte, das Mittel der Kurzarbeit sei zwar teuer, aber ohne Alternative. 42 Milliarden Euro seien in der Krise bis Mitte Dezember allein dafür aufgewendet worden. Trotz aller Ungewissheiten in diesem Jahr sind die Vorzeichen am Arbeitsmarkt allerdings sehr gut. Das zeigt die hohe Zahl von offenen Stellen und das zeigen auch sämtliche Wirtschaftsprognosen, die, wenn auch zeitlich verzögert, in diesem Jahr eine wirtschaftliche Erholung prognostizieren. Heil kündigte zudem an, die von der Ampelkoalition vereinbarte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro bald auf den Weg zu bringen. Der Gesetzentwurf werde in Kürze vorgelegt. Klien Werner